Wenn ihr der Meinung seid, die richtige Größe und so weiter zu erreichen, dann schneide ich alles raus. Zum Beispiel war ich... zum Beispiel... ich war Beispiel... und dann habe ich dann doch mit... und davon sollen die anderen mal ein bisschen die Scheibe abschneiden. Die Scheibe noch ein... ich habe auch noch... man kann eigentlich auch ohne erfolgreich zu sein. Was ich auch noch wichtig ist, was ich auch noch... geht hin und nach einer Ab... sei dankbar dafür... sei dankbar dafür... sei dankbar dafür, dass... sei dankbar dafür... sei dankbar für das, was schon ist, anstatt einem Pflicht... ihr müsst anderen ihren Erfolg einfach gönnen. Ihr müsst anderen den ihr... ihr müsst auch anderen ihren Erfolg gönnen, anstatt den... was wollen sie? Ihr müsst auch andere gönnen. Und auch Beständigkeit zeigt. Das hört sich voll scheiße an. Hi, herzlich willkommen zu dem Versuch... hallo, herzlich willkommen zu meinem Versuch... nein, das ist kein Versuch, das ist ein Video. Hallo und herzlich willkommen zu dem... hallo und herzlich willkommen... ich bin Kurt Wehrer... ha ha ha... nicht... ha ha... hii... ne... das spielt eigentlich gar nicht... nö... hourien... ha... vollami... um... bla... bla... blas... blas.. blas... blab... blab... blas... blab, blas...